Ich würde jetzt vorschlagen, bevor ich mich da jetzt auf die Hauptmission stürze, werde ich noch diesen Anarchy machen. Da haben wir doch schon... Das ist Waffenlager des Pinguins. Verdächtiger, das wäre auch nicht uninteressant. Da haben wir einen Anarchy. Gut, kann ich daher Schnellreise machen? Jawohl. Schauen wir mal, ob es diesmal mit oder ohne Ton. Ah, diesmal haben wir es wieder mit Ton. Auch nicht schlecht, ne? Mal mit Ton, mal ohne Ton. Bisschen Buggy-Dick-Geschicht, würde ich sagen. Ja, Badman. Und gleich nochmal eine in die Fresse. Ach, immer diese... Ich kriege da keine Kombos hin, weil er immer einmal in die Luft hat dazwischen. Aber wie kann ich das beeinflussen? Na, egal. Wurscht. Jetzt haben wir... So. Jetzt muss ich mal, weil ich habe ja Orientierungssinn wie... Wurschtkopf? Na. So, Anarchy. Da müssen wir hin. Sonst gibt es ja da keinen Anarchy. Ah, der hat so Bomben, Bomben geplant, ne? Na, okay. Yeah. Up, up and away. So. Da vorne ist unser Anarchy. Sehen schon. Geht irgendwas vor sich. Ja. 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 Genau. Ja. Batman. Ja. Ganz runter. Claro. So. Ich glaube, das ist ihm egal. Große oder kleine Fische. Für ihn sind wir doch alle die Bösen. Er muss Priorität. Ja, ich traue runter. So. So. Da vorne haben wir ihn, oder? Na gut, dann reden wir halt mit ihm. Zerstören, um sie zum Schweigen zu bringen. Sonst werden wir nie frei sein. Oh, 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 und da haben wir schon wieder die nächste Bombe. Also, Betsy, schnell. Oh, 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 falsche Richtung. Junge, in diese Richtung müssen wir. Er schwingt sich wieder zurück. So. Ah, das geht schneller auch noch. Ach. So. Und schneller. Schneller, schneller, schneller. Haben wir da keinen Punkt zum Anhängen? Nein, Gott sei Dank. Ja, ich bin kein Opfer der Werbeindustrie. Benutzen erst die Fleder aus. Jawohl. Na komm, hoch mit dir. Ja. Das schlafen wir nie. Wie viel Kohle hast du? So, das war wohl der letzte von den Freunden. Und dann können wir das auch da zerstören. Das würde ich sagen, war jetzt glaube ich Nummer 2, ne? Die zweite Bombe. Untersuche Anarchys dritte Projektion, ne? Das werden wir jetzt auch noch schnell machen. Dazu werden wir gleich einmal schauen, wo wir die finden. Da, ne? Da würde ich sagen. Ja. Okay. Schnellreise. Jetzt haben wir ein bisschen was weiterbringen und nicht ewig da nur rumhampeln. Jetzt haben wir den verrückten Hutmacher erledigt. Jetzt werden wir uns in Anarchy auch noch holen. Und dann würde ich vorschlagen. Also vorschlagen. Das heißt, ich mache es einfach in der Hauptstelle weiter. Da gibt es nichts zum vorschlagen. Das wird einfach gemacht, Freunde. Ja. So schaut es nämlich aus. Okay. So. Karte schauen. Wo ist der Freund? Da war er. Okay. Anarchy. Und los geht's. So. Wo ist er da? So. So. Wo ist er da? Kann ja niemand mehr allzu weit sein. Da würde ich sagen, ne? Ich habe die Kontonummer und Passwörter. Wenn wir ausweisen, ob wir sagen, dass wir die zu sehen. Unmöglich. So. jawab dass, was kann happen sein? Ja. Tun wir nicht mehr. ss fest ist. Genau. Nun wir fahren. Nick merucht. Ja. stufenanstieg er es gibt upgrades na kommt verbesserungen was habe ich da gesagt was das haben wir schon alles das könnte ich nehmen das ist neu kugelsichere panzerung bettschwarm spezialkombo schub dass wir da muss ich hin da wäre ich jetzt einfach da wo bin ich schon weiter was ist das klingen drucken ausschalten verbesserte defensiv indem du ein klingen drucken mit einem ausschalten abschließt ja das ist nicht so schlecht das nehmen mehr infos vom gegner weg und drücken also hat sich nichts geändert und er schaltet ihn jetzt aus auch hoffentlich halt na gut so haben wir das auch und dann schauen wir jetzt weiter zum anarchy wo ist denn ja da vorne muss er irgendwas sein a christi da bist du kommt da jetzt die dritte bombe das heißt gleich auf den weg machen okay schnell 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 na 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 da rüber geh komm 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 so muss ich da jetzt wieder über diese dämliche brücke drüber wahrscheinlich so schnell zu der bombe da vorne ist sie ja doch schon so so und flott man auf dich pfeife ich da halt ich bin schon da schaut so aus da haben wir sie schon so 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 können also der möchte jetzt unbedingt gothem den prozess machen das heißt gerichtsgebäude das geht noch weiter wo es unser guter anarkt jetzt wahrscheinlich wieder da oben irgendwo da ist er passt das heißt hier wieder schnellreise her weiter geht diesmal wieder mit ton es ist immer eine überraschung gibt es keinen ton diesmal gibt es wieder ton passt jetzt haben wir den anarki noch mal eine auf die schnauze schön kräftig feste